Stimmt auf die, die bin ich ja gar nicht gekommen Bringt doch nichts Ich muss darauf, ich muss zuerst auf dem block Anderer plan, mir ist gerade etwas eingefallen, was ich einmal machen möchte Aha Wir warten und warten Da haben wir das nächste Rätsel gelöst Und gelöst Vielleicht war es überhaupt kein Secret, warum? Äh, also verschickter Raum Ich glaube, das mussten wir machen Deswegen habe ich es auch gelöst bekommen Wieder Spaß Das mag ich am meisten, diese Hund-Sprung-Passage Ach du scheiße, ist das ein großer Raum Oh Oh So Ach komm So ist es gut So Dann schalten wir den ein Bitte funktioniere Bitte, bitte, bitte 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 Komm Komm Kämpfe Kämpfe Ja Und wie trenne ich die jetzt? Hey Klappt Klappt doch Hihi Oh Gläscherbe Äh Glasscheibe geht da weg Touch Touch going Ah Keine Fallscharn Okay Ja Hätte mir schon vorher auffallen können, dass kein Fallscharn existiert, weil Sprung Passagen Ja Ist nur ein großer leerer Raum Boah Ist das hell Ein Kampf Auf Okay Okay. Hello? Who is this? Who are you and how are you on this frequency? Sir, this is a private government channel. I don't know how you're broadcasting out here, but what you're doing is illegal. What is your name? You people scrub my name out of my head. All I am is a number you gave me. 919. And you can pretend all you want, but now he knows the truth. No faith, just facts! Hello? Hello? Listen to me, I have no idea who that person is. Whatever he's been saying to you, you need to ignore it. If he contact you again, just blank it out. I'll contact Mission Control and find out what the hell is going on. I'm orbiting out of range, but remember, your mission is everything. The entire world is depending on you. What's wrong? Are you getting rid of the walls? No, 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 no. I'm not sure, I'm trying to get rid of the walls in the world. Weil jetzt ist er komplett stille und der Fahrstuhl, yay Fahrstuhl Ja Also das Sagen wir mal, ich habe ein anderes Spiel gespielt, Twin Sector Was interessant ist Aber jetzt von der Mechanik, vom Gameplay nicht so schön ist wie das hier Das ist fast genau gleich Also fast Es gibt nämlich Feinheiten und so Aber mit den verschiedenen Stimmen und so Man merkt, Portal war ein großer Inspiration Aber das Spielprinzip gefällt mir besser Als bei Twin Sector Bei Twin Sector habe ich, ich habe das einmal Let's Played, habe ich aber gelöscht Da habe ich mich ziemlich sehr aufgeregt drüber Über viele Stellen Und der gute Bauer Möchte, dass ich das gerne nochmal spiele Oh, 6 und 6 haben wir geschafft Und naja Ich glaube, ich würde es wieder machen Ist natürlich nicht blind Das mache ich ja alles blind gerade Das ist natürlich alles blind gerade hier, was ich mache Ich darf mich selber aussuchen Aber Twin Sector wäre dann halt eben nicht blind So, da wüsste ich schon Okay, wer half blind Weil ich habe sicher alles schon wieder vergessen Beziehungsweise die lustige Situation Weil ich nicht wusste, wie man Eben halt die einzelne Geschütze und Gegner auslöscht Wusste ich damals nicht Habe ich erst ziemlich am Ende es rausgefunden Und jetzt weiß ich halt eben, wie das geht Und naja Das will ich hier machen Oh, sieht das geil aus Sowas mag ich Dieser Tunnel Der sie Als ob er sich drehen würde Aber er dreht sich ja nicht Weil er ist statisch Das ist Das ist Funktioniert es so, wie ich denke Okay, theoretisch sicher Aber Kugel meint einfach nein Okay Ach Ist voll interessant Das hat jetzt Wieso ist es nur hier Mal was anderes ausprobieren Klapp sogar Klapp sogar Hm Ich verstehe nicht Weil man das aufnimmt Und wie man es weg macht Aber Klappt ja Irgendwie Hm Der push ist so stark Und wie ist es so stark Das ist so stark keine ahnung schweres rätsel weil es schön dass es auch immer schwerer wird ich wollte gelb kann ich nur eine sache gelb machen ach echt ich kann nur eine sache gelb machen okay wir haben es gelöst das rätsel ist gelöst hätte ich ja vorher drauf kommen können hätte aber habe ich nicht gemacht und eingeloggt die musik ist auch hier gut im spiel also finde ich das ist das ist auch schön aus ja das gab schon mal mit dem tunnel aber jetzt sind wir durchgefahren da verstärkt sich der effekt natürlich noch mehr verruft Das wollte ich nicht. Moment. Sehr schön. Auch geschafft. Oh. Cool. Gefällt mir richtig. Voll nicht so geplant. So. Gelöst. Hm. Wie kommt ich denn da oben hin? So rum muss es sein. Ich hoffe es. Ja. Okay. Das ist schon mal nicht klar. Oh. Ah. Moment. 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 Oh. Okay. Oh. 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 ernsthaft ernsthaft ich hab ne rot es klappt so nicht so klappt es aber kann man das irgendwie besetten wieder verstehe wenn man es hier wieder rein gibt denn es hätte sich das ich hab keine ahnung und naja die sache ist halt eben die mir fallen nicht so viele themen ein worüber ich reden könnte ich weiß ja demnich wie reden soll also was ich reden soll über welche themen und so und so weiter was ich halt eben machen soll weil das spiel braucht doch schon meine konzentration wir nehmen gelb machen wir hier ja 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 ja